Herbert Offenthaler, Obmann des Vereins Markplatzl-Waldhausen. 20 Unternehmer haben sich zusammengeschlossen zu diesem Verein. Welche Vorteile bietet das für eure Kunden? Wir sind 20 sehr aktive Unternehmer und wir wollten ein Netzwerk bilden, dass wir einfach Miteinander Werbung betreiben und gemeinsam auftreten und auf das sind wir eigentlich sehr stolz. Erhard, was würdest du sagen, was sind eure Stärken? Unsere Stärken sind, glaube ich, ein großer Verkaufsraum mit viel regionale, viel frische Produkte. Einerseits bemühen wir uns sehr um regionale Ware, um europäische Ware. Dass wir relativ rasch reagieren können auf die Kundenwünsche. Also ich finde unsere Stärken sind erstens einmal, dass wir gut zu den Leuten zu bekommen. Wir bieten einfach alles, so rund um atom. Speziell im Elektrohandel, glaube ich, können wir eine ganz breite Palette von Elektrogeräten und sämtlichen Herstellern anbieten. Unsere Stärken finde ich sind, erstens einmal sind wir ein Familienbetrieb, wir arbeiten zusammen. Ein freundliches Personal. Wir sind sehr, sehr kundenorientiert. Wir versuchen regionale und saisonale Produkte zu forcieren. Das heißt, wir gehen auch sehr auf den Kunden eh. Wir können individuelle Lösungen anbieten. Bei uns gibt es eine Störungsnummer, wo man dann erreichbar ist. Die sehr breit aufgestellt sind. Gute Beratung. Dass ich direkt am Bodensee bin. Unsere Stärken sind eben das Öl- und Gasbrennerservice. Wolle, Handarbeitsgarne und diverse Sachen, Sticksachen. Das sind sicherlich die individuellen Lösungen, zum Beispiel in der Heizungsbranche. Wir haben eine Meister-Floristik, also wir machen sehr schöne Dekorationen. Auch aufgeschlossen gegenüber den Wünschen der Kunden und von der Umgebung. Wir können ziemlich den ganzen Bereich von Klarwagen bis Lkw abdecken. Dass wir halt wirklich erreichbar sind. Wir haben eine super Lage, wir sind neben einem See, wir haben keine Straße. Wir haben einen Blick auf die Stiftskirche, das ist einfach nur idyllisch, finde ich. Und ich glaube, für das sind wir gut, ja. Wir sind ein regionaler Anbieter von Biomassefeuerungen. Wir machen den kompletten Innenbereich. Die Feuerlöscher, die wir überprüfen, weil die kann ich auch alle zwei Jahre überprüft. Die Flächenheizung auf alle Fälle. Da nicht nur die Heizung, sondern natürlich auch die Kühlung. Wir haben mehr oder minder Hoch- und Tiefbauarbeiten bis jetzt durchgeführt. Familienfeiern, Geburtstagsfeiern, Spezialitätenwochen. Wir haben ein riesen Lager, eine riesen Auswahl und präsentieren eben nicht nur Standardmodelle, sondern eben viele Farben- und Sondermodelle. Schöne Blumensträuße, schöne Gestecke. Wir haben einen großen Lagerplatz dabei. Und was wir auch noch machen, ist eben Elektroinstallationen, Kirchenschmuck, Brautsträuße. Individuelle Planungen von Bädern, von Wohlfüllräumen. Wir haben ja auch Anlagen konzipiert, die beispielsweise mit Kirschenkernen laufen oder Rapsstroh oder andere landwirtschaftliche Reststoffe, die man thermisch verwerten und thermische Energie erzeugen kann. Von Braun, Weißwohre, sehr viele am Lager und auch natürlich die Service. Und ich habe auch tolle Geschenksideen für den Garten, für das Haus. Also wir haben einen Anpassungsservice durch unsere Orthopädiewerkstatt. Vom Schmiedeeisen über Stahlbau bis Edelstahl. Und natürlich auch Buspartner. Also wir sind innerhalb von einem Tag soweit, dass wir jetzt Elektrogerät herrichten und ein Leihgerät zur Verfügung stellen. Angefangen eben von der Tankstelle, was wir mit dem Tankautomat betreiben, was vor 6 bis 10 Uhr möglich ist. Dass wir an einem Donnerstag ab 19 Uhr immer einen Strickabend anbieten. Besonders stolz sind wir auf unsere Landwirtschaft. Wir haben mittlerweile 47 Schafe. Und da sind wir eigentlich recht stolz darauf, dass es gut funktioniert und dass wir das eigentlich arbeitsmäßig schaffen. In dem, dass ich damals mein Hopi eigentlich zum Beruf gemacht habe, freut es mich jetzt ganz besonders, dass ich in Waldhausen und auch in den Nachbarsgemeinden meine Handarbeitsartikel verkaufen kann. Durch diese breite Palette können wir einen kompletten Bereich abdecken. Für das ist es einfach gut, ja. Dieser ist doch wenn es nichtaffensive geht. Und dann kommt es durch die Treppe ein Alles Sóнак.